Ah, ja, dann geht's wohl nach links. Somewhere below the city. Ach so, ich dachte, ich bin jetzt durch. Äh... Hä? Die benutzen? Oder was? Ach, da oben ist so eine... Was ist das denn? Kann ich da dran schießen? Nichts mehr. Ah. Alles klar. Ja, kein Problem. Aber tatsächlich, ihr müsst doch hier immer wieder alles neu aufbauen, oder nicht? Hüpf. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Habe ich tatsächlich noch gestellt? Muss ich das da runter? Ach so, da ist eine Leine hier. Ich kann hier sehen. Gut, so. Da rüber hüpfen. Oh, nicht runter. Äh, nicht hoch. Hä? Das stand eh in der Beschreibung. Du kannst ja gar nicht angucken, wenn... Wenn du da unter Stress bist. Oh, Hubschrauber, neues Bild. Mit einem Pentagramm drauf. Na, ne. War dann andersrum. Ah egal. Kommt die Beschreibung nochmal? Jetzt zieht er. Wow. Cool. Muss ich ja... Oh. Muss ich ja nur wieder 3 Milliarden Tasten auf die Tastatur drücken. Ja, komm. Hüpf! Dieser crazy old man spielt mit mir Oh nein! Wow! Das war wohl nicht... Das war nicht richtig Ja, ich gehe auf jeden Fall von oben her, würde ich sagen, wa? Ja... Ach so, ich habe da sogar eine Abkürzung genommen gerade Mehr oder weniger Mist, wäre ich mal da geblieben Okay, wie war das jetzt? Oh, ich denke... Ist doch immer das gleiche, oder nicht? Kann ich gar nicht erkennen Äh, was haben wir hier? Kann ich nicht runter So... Okay... Ich... Kann ich da drum treffen? Ja... Hup! Okay... Das war ja gar nicht so schwer Ja, das war ja gar nicht so schwer Nu? Alles klar Geht also auch nicht wieder runter Geht also auch nicht wieder runter Irgendwas Böses hier? Was wird... Ach so, da sind... Ja, ist klar Ich kann ja nicht schwimmen Leider.. Vorher... Nein, 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 nein... Nein, nein, Herr Wain... Nein, 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 nein... Jetzt ist nicht die Zeit Wayne? Häh? Wer ist denn du? Ach so, ich muss ihm Bescheid sagen Halt! Was der sich hier alles aufgebaut hat, das ist ja unglaublich. Wie lange wohnt der denn hier unten? 100 Jahre? Schon bevor die Zombies gekommen sind? Tatsächlich. Tja. Was der hier alles gebaut hat, so eine riesen Anlage da. Und vorher hat er niemand mitgekriegt. Und ich bin Mr. Wayne. Batman. Wenn die Zeiten verändern, müssen die Menschen verändern, Mr. Wayne. Der Rat wusste, dass die Welt später später oder später enden würde. So habe ich hier meine Hüte gebaut. Der schwelle Katze wird nie einen lebenden Rat in einer Rattrappe suchen. Ich weiß, wo er ist. Er liebte, was er ist. Er liebte, was er ist. Er liebte, was er ist. Aber jetzt ist es nichts mehr als ein Pile of Asch. Der Rat riecht die Gefahr. Sie können mir helfen. Sie können mir helfen. Right, Mr. Wayne? Ich habe bereits gesagt, ich muss meine Freunde finden. Hilfe der Rat. Und der Rat kann dir helfen, Mr. Wayne. Der Rat hears viele Dinge. Er kann finden, wo deine Freunde sind. Vielleicht auch deine Familie. Ich finde meine Hüte bevor diese Menschen machen. Und du wirst wissen, was der Rat weiß. Ein Hüte für ein Hüte, oder? Das ist gut. Ich habe eine Schuld zu bezahlen für meine Leben. Ja. Gut das denn. Geh, was du brauchst, bevor du weiterhörst. Bist du Angst, Mr. Wayne? Würde ich dir ein kleines Rat-Masch? Nein, danke. Nachdem alles, habe ich nicht viel Aufmerksamkeit. Ich will meine Sachen wieder haben. Ich will die. Haben jetzt. Hä? Ähm. Hä? Kann ich das jetzt runterschießen? Kann ich das jetzt runterschießen? Boah. Ja. Tatsache. Toll. Die Kriegsveteranen. Der ist meine Axt. Ja, ist doch nicht meine Axt. Wo ist denn meine Axt? Zu viele Bücher in deinem Kopf machen dich verrückt. Du kennst den alten Mann. Hm. Vor allem die Bibel. Ich will meine Axt. Wehe, meine Axt ist nicht da. Ich will meine Axt. Ich will nicht irgendwelche dreckigen Scheiß-Fotos haben. Ich will meine Axt. Ich will meine Sachen wieder haben. Hm. Kann ich da oben an den Typen machen? Wollen wir ran oder was? Ziehen wir mal. Das sieht halt nur so aus. Das sieht wohl nur so aus. Ah, hier ist was. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wie kommt er denn hier hinten so schnell? Der hat wohl ein bisschen Spaß mit zu erhören. Ja. Kommt der Teils runter oder was? Nicht? Nicht? Nein. Jetzt muss er wieder hoch, da muss ich die Kiste da reinschieben. Der macht da wichtige Sachen. Und dann kann ich da von der Kiste wohl da oben dran springen, hoffe ich mal. Was ist denn, wenn ich die jetzt hier runterschiebe? Muss ich da neu anfangen? Ja, versuchen wir es gar nicht. Ja. Boah, das hat sogar geklappt. Unglaublich. Ich brauche die Kiste nochmal. Ja. Und der lebt hier mit den ganzen aufgehangenen Leuten also. Und so seine Spielgefährten. So. Da kann ich durchrammen. Oh, oh, oh. Nicht zu weit. Der ist hier oben noch. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was ist denn, wenn ich da hier hab? Und dann... das? Ist das irgendwas? Wenn du meine Hilfe brauchst, musst du mich nur anrufen, Herr Wayne. Ich werde dir helfen, auf dem Weg durch meine persönliche Hilfe zu bleiben. Ja, aber ist das nur ein Aufzug, oder was? Ich muss erst mal gucken. Ach, mein Gott. Ich will meine Klamotten haben. Äh, ja, hier war ich schon, ne? Verdammt. Hätte ich meine Klamotten, dann hätte ich die auch schon längst umgebracht, glaube ich. Ich meine, natürlich nicht. Ah, gut. Meine Klamotten? Meine Klamotten? Verdammt. Hier ist es. Schauen Sie die Fotografie. Es wird schwierig, den Son der Ratten zu erkennen. Ja, ich will meine Sachen wieder... Hallo! Äh, oh! Das tat weh. Wo muss ich denn jetzt hin? Nach links, oder wer? Ja, sieht gut aus. Bomben! Ja, genau. Deshalb stehen die ganzen Hochhäuser auch noch. Seltsam! Oh! Das war nicht geplant. Ja, Wasser ablassen? Ja, der hat mich nicht geplant.